T6 Premium Italienische Dd. Erstmal die optische Geschichte. Die spielt ja auch immer eine Rolle im Leben. Gucken wir uns das hier mal so ein bisschen an. Das sieht schon ziemlich geil aus, auch wenn der Dd relativ weit aus dem Wasser rausguckt, wie ich finde. Also kann man relativ deutlich erkennen, dass das Ding so richtig hoch steht, finde ich. Dann haben wir hier ein bisschen Segeltuch, für den Fall, dass der Motor ausfällt durch Motorschaden. Und dann haben wir vorne einen Turm doppelläufig. 120 mm sind das, glaube ich. Dann haben wir in der Mitte einen Turm. Hier auch wieder ein Doppelläufer. Dann kommt ein Torpedowerfer mit zwei Rohren. Dann kommt wieder ein Turm. Dann kommt wieder ein Torpedowerfer. Und ganz hinten kommt wieder ein Turm. Heißt, wir haben summa summarum vier Türme A2 Rohre. Das heißt acht Rohre. Wow. Das hat so der ein oder andere Kreuzer manchmal nicht. In Summe. Ja, was mir sofort noch mit auffällt ist, es sind nur zwei Torpedowerfer mit zwei Rohren. Okay. Ein bisschen wenig für T6 vielleicht. Dann haben wir überall so ein komisches Segeltuch. Also das Ding scheint anfällig für Motorschaden zu sein. Nein, keine Ahnung. Aber würde gerne mal wissen, wofür diese Tücher sind. Vielleicht hat ja einer von euch Ahnung, warum die Italiener so eine Tücher hier auf ihre Schiffe gemacht haben. Ist das irgendwie Tarntuch, wenn man so lange im Hafen liegt, dass man da irgendwie eine Plane drüber ziehen kann oder so? Deck nicht nass wird? Naja, schauen wir weiter. Kommen wir mal zu den Werten. Ihr seid für andere Sachen da. Gut. Also, was kann man hier Besonderes sagen? Was mir besonders auffällt, ist, wie sagt die Hauptbatterie, mit 120 Millimeter, die AP Munition mit 2100 Damage ist mal nicht so schlecht. Feuer, Reifechte 12.1. Okay. Nehmen wir mit. Wurde an dem DD hier schon einiges rumgeschraubt, denn ganz am Anfang war die Performance von dem Dampfer überhaupt nicht gut. Also, es gibt sehr, sehr viele Rückmeldungen, dass das eine der schlechtesten DDs aller Zeiten ist, kann man so sagen. Langsam, langsam nachladen, langsame Turmdrehzeit, langsamer Torpedos, Riesenschussbogen war es und so weiter und so fort. Daraufhin haben sie dann ein bisschen daran gearbeitet und haben zumindest schon mal die Mündungsgeschwindigkeit um 100 Meter erhöht. Von 750 auf 850. Dann haben sie die Penetration verändert. Also, nicht die Penetration an sich, sondern den AP-Höchstschaden mit 2100 eben angepasst. Dann haben sie allerdings da was Cooles drauf gebaut und zwar einen Nebelwerfer der Amerikaner. Das heißt, eine recht, ja, viele Aufladungen waren es mal. Dann kam wieder Nerf und der Nebelwerfer wurde wieder ein bisschen, ja, reduziert. Und wir haben jetzt am Ende hier irgendwie so einen Mischmasch. Mal gucken, wie sich dazu entwickelt. Ich kann das Schiff nicht selber fahren, bin kein Kontributor und von daher kann ich dieses Schiff nur im Hafen sehen und informiere mich für euch überall und halte meine Ohren offen, lese im Forum, lese in verschiedenen anderen Beiträgen, schaue halt auch das ein oder andere Video und bringe das hier zusammen, was überall so an Informationen rumliegt. Ja, was kann man sagen? Die Ladezeit 8,5 Sekunden, urasbach, langsam. Die Turmdrehzeit mit 22,5 Sekunden, da macht mancher Kreuzer das schneller als dieser DD. Das heißt, ja, ein DD ist ja eigentlich ein schnelles Spiel. Man ist schnell da, man ist schnell weg und so weiter. Also, das fühlt sich hier überhaupt wahrscheinlich nicht so an. 8,5 Sekunden, das ist, keine Ahnung, einfach mal 4 Sekunden zu langsam. Und die Turmdrehzeit mit 180 Grad für 22,5 Sekunden, da kann man sich mit Elite-Schütze gegen machen. Dann wird man wahrscheinlich, keine Ahnung, bei 18, 17 Sekunden irgendwo liegen. Und, ja, es ist so schwierig, würde ich mal sagen, damit richtig Spaß zu haben. Mal gucken, was sie sich da noch einfallen lassen. Ich glaube, die müssen noch ganz schön viele an dem DD schrauben. Nächster Punkt ist dann hier der Torpedowerfer. Der vermittelt eventuell ein bisschen ansatzweise Spaß. Ladezeit 60 Sekunden ist natürlich, alle Minute die Torpedos in Wasser zu werfen, ist schon geil. Wird man wahrscheinlich in der Real, in der Real nicht ausnutzen können. Zumindest nicht jede Zeit. Im Verlauf des Gefechts vielleicht dann mal. Aber man muss sich dann auch gut positionieren, damit man eben nicht das Torpedo-Problem hat, dass man eventuell die eigenen Leute trifft. Weil so eine Ahle, sie schwimmen eben ganz schön lang. Nämlich hier 12 Kilometer. Ja, richtig, 12 Kilometer weit schwimmen diese Dinger. Mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit von 51 Knoten. Also auch noch super langsam. Da kann man gut überlegen, ob man den Kapitän-Skill hier mit einbaut, damit die Torpedos dann wieder ein bisschen schneller sind. Dafür aber 20 Prozent weniger Reichweite haben. Dann hat man immer noch eine Reichweite von kurz unter 10 Kilometer. Aber dafür ist man bei 56 Knoten. Ist vielleicht ein Ticken besser. Ja, immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Aber ist vielleicht ein Ticken besser. Schauen wir uns mal an. Was haben wir für eine Erkennbarkeit? Nur ein Kilometer ist der Torpedo erkennbar. Ist aber auch klar. Wenn man nur 51 Knoten schnell ist, dann kann der Torpedo nicht zwei Kilometer aufgehen. Dann hat man ja gar keine Chance auf einen Torpedotreffer. Das hat vorgegeben da schon ein bisschen gebalanced. Die Flugabwehr, die lasse ich gleich mal außen vor. Auf T6 könnt ihr die komplett vergessen. Kurz- und Mittelstreckenflugabwehr. Ja, wie gesagt, nur zwei Range. Eine Salve an diesen schwarzen Rauchwolken, an den Explosionen. Ganz ehrlich, das würde mich als CV-Spieler nicht abschrecken. Die Manövrierbarkeit, ja, 34 Knoten ist da, ist angesagt. Müssen wir mal schauen. Ist sicherlich nicht gegen jedes Schiff richtig sinnvoll. Es gibt ja durchaus Grauzei, die ein bisschen schneller sein können. Guter Stellzeit scheint soweit in Ordnung zu sein. Und wir haben ja für die Höchstgeschwindigkeit immer noch die Variante von einem Motorboost, die uns da ein bisschen helfen kann. Erkennbarkeit zu Wasser. 7,2 Kilometer sind hier angegeben. Ihr könnt nur mit dem Kapitän 10 Prozent machen. Das sind 720 Meter weniger. Und dann nochmal 3 Prozent mit der Tarnung. Seid da bei 6,3 Kilometer. Ja, boah, auch nicht so besonders pralle. Und ja, dann sind wir irgendwie schon fast am Ende dieser ganzen Liste. Und ich habe jetzt irgendwo nirgends so richtig mich hören, sagen, wow. Ja, so wie bei der Neustraschimi zum Beispiel. Ja, was haben wir denn an Verbrauchsmaterial? Vielleicht kriegen wir da ja noch so eine Erleuchtung. Bands, Begrenzungsteam, Nebelerzeuger in Platz 2 und in Slot 3 haben wir immerhin noch den Motorboost, den ich eben schon mal erwähnte. Die Aufladungen sind so lala. Nebelerzeuger in Premium-Variante 2 Mal und der Motorboost in Premium-Variante 3 Mal vorhanden. Zumindest so, wie das jetzt ist. Alles work in progress. Ich muss es ja immer mal wieder wiederholen. Kann sich also alles noch ändern. Und ich hoffe, dass sich bei der Leone doch noch einiges ändert. Weil ich jetzt im Moment das so empfinde, dass ich das Schiff bestenfalls das Sammelschiff mir in den Hafen stelle. Irgendwann mal. Muss man mal gucken. Kann spaßig sein, wenn man in die richtigen Gefechte kommt. Aber ja, ich will es nicht. Mal gucken, wie es sich dann weiterentwickelt. Inspekteur könnte hier also durchaus sinnvoll sein, dass man den gleich mit reinbaut, damit man überhaupt noch mal vernünftige Anzahl von Aufladung beim Nebelwerfer hat. Also 3 dann. Das wäre sicherlich eine Variante. Ja, eigentlich ist man ständig am Torpedo werfen, damit man überhaupt irgendwie vielleicht mal was trifft, wenn man sich vernünftig positionieren kann. Und ja, 8,5 Sekunden Ladezeit kriegt man wahrscheinlich runter, wenn man die 10% abzieht. 8 Zehntel Sekunden muss man dann abziehen. Ja, dann ist man bei 7,7, 7,6 irgendwie. Je nachdem, wie denn da gerundet wird. Aber ja, das ist eigentlich das, was man zu dem Dampfer sagen kann. Verbrauchsmaterialien habe ich erwähnt. Verbesserungen sind die Standarddinger. Also auch keine besonderen Dinge, die man da jetzt noch erwarten kann. Die besondere italienische Verbesserung irgendwie beinhalten. Keine Ahnung, Artillerieplotterraum für italienische DDs oder irgendein Kram, die dann irgendwie halt noch mal die Nachleihzeit reduzieren oder die Turmdrehgeschwindigkeit verbessern oder so eine Sache. Vielleicht in Slot 4 kannte man die ja dann eventuell sogar mit Einbau und Hauptbatteriemodifikation, um die Turmdrehzeit zu verbessern. Aber verlangsamt der dann auch noch mal die Nachladezeit. Das ist ja alles irgendwie, fühlt sich nicht so richtig gut an, um es mal so auszudrücken. Wie gesagt, bleiben wir gespannt und open-minded sozusagen, wie der Dampfer sich weiterentwickeln wird. Bis jetzt habe ich eher so ein komisches, durchwachsenes Gefühl. So, und das soll es schon zur Leone gewesen sein. Bleibt viel Arbeit für Wargeln bei dem Dampfer. Das kann man festhalten. Ich wünsche euch was. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Livestream, wie auch immer, wo ihr uns dann das nächste Mal schaut. Haut rein, habt eine gute Zeit. Ahoi! Ahoi!